Unser Telmosafe Aluminium-Hausdürmprogramm ergänzen wir um 14 neue klassische Motive. 11 davon mit sehr hochwertigen, aufgesetzten, massiven Profilleisten. 3 davon eingefräst in Kassettenoptik. Natürlich sind alle diese neuen Motive auch serienmäßig RC3 geprüft und hierfür gilt selbstverständlich auch unser 10-jähriges Sicherheitsversprechen. 3. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 16. 16. 16. 17.